Was ist Magenfolvulus? Magenfolvulus tritt auf, wenn sich der Magen umdreht und der Darm verstopft ist. Manchmal ist es möglich, dass sich der Magen so weit dreht, dass die Blutversorgung unterbrochen wird, was zu Gangren führt. Bei akutem Magenfolvulus, der plötzlich auftritt, gehören zu den Symptomen starke Schmerzen direkt unter dem Brustbein und Würgen, ohne dass er sich richtig erbrechen kann. Der Arzt wird es unmöglich finden, einen Schlauch in den Magen hinunterzuführen. Akuter Magenfolvulus ist ein Notfall und erfordert normalerweise eine chirurgische Behandlung. In der Regel umfasst der Magenfolvulus den Magen entlang seiner Länge. Dies wird als organoaxialer Magenfolvulus bezeichnet und ist häufiger damit verbunden, dass die Durchblutung des Magens unterbrochen wird. Gelegentlich kommt es zu einer Variation, die als mesenter oaxialer Magenfolvulus bezeichnet wird, wobei der Magen auf den Kopf gestellt wird und der Rücken des Organs zur Vorderseite des Körpers weist. Dies ist weniger wahrscheinlich, um den Darm vollständig zu blockieren oder die Durchblutung des Magens zu blockieren, und kann zu einer sogenannten chronischen Erkrankung führen, bei der die Symptome über einen längeren Zeitraum ein- und ausgeschaltet werden. Magenfolvulus tritt häufiger bei älteren Menschen auf, da die Stützbänder des Magens mit zunehmendem Alter laxer werden. In der akuten Form des Zustands sowie bei Schmerzen und Würgen kann es zu Schwellungen des Oberbauches und Atemnot kommen. Der Unterbauch kann flach bleiben und sich weich anfühlen. In einigen Fällen können Schmerzen von der Brust entlang der Arme bis in den Nacken reichen. Der chronische Zustand ist schwieriger zu diagnostizieren, gelegentlich treten Schmerzen unterhalb des Brustbeins auf. Ein Gefühl der Sättigung kann kurz nach Beginn einer Mahlzeit auftreten, zusammen mit Atemnot und Schluckbeschwerden. Da die Symptome vage sind, kann der Zustand mit anderen Krankheiten wie 12-Finger-Darm-Geschwüren verwechselt werden. Magen-Folvulus wird in der Regel mithilfe von Röntgenstrahlen diagnostiziert, und die Behandlung des akuten Zustands erfordert eine Operation, um den Magen zu lösen und ihn zu fixieren, um ein Wiederauftreten zu verhindern. Gleichzeitig wird Gewebe entfernt, das infolge von Gangren abgestorben ist. In einigen Fällen eines chronischen Folvulus kann ein Endoskop, ein langes dünnes Instrument, das einem Teleskop ähnlich ist, zur Durchführung von Schlüssellochoperationen verwendet werden. Diese Technik kann verwendet werden, um den Magen in seine ursprüngliche Position zurückzudrehen, aber es besteht die Gefahr, dass die Magenwand perforiert wird. Es ist nützlich für Patienten, die nicht fit genug sind, um eine offene Operation zu bewältigen. Sie kann als vorübergehende Maßnahme durchgeführt werden, wobei die traditionelle Operation für einen späteren Zeitpunkt geplant ist.